Hey, bin ich wieder mit Quest 4. Ich mache einen neuen Part wegen des guten Feedbacks des ersten Parts. Danke an euch. Wirklich ein großes Dankeschön. Hätte ich mich nicht erwartet. Ja, was jetzt? Äh, ja. Okay, dann lassen wir es mal heilen. Muss wieder alleine, ne? Wow. Du, Pro, du! Headshot! Aber wie? Bart's pengt voll in die Fresse. Aber wirklich voll in die Fresse. Er hat nicht überlebt. Oh, mir Sau. Okay, die Skymap sieht mir richtig scheiße aus. Da sieht schon die Skymaps und Half-Life 2 besser aus. Und ja, Half-Life 2 ist älter. Äh, ouch. Schon da lang. Exit. Und jetzt? Ach da, drücken. Das ist ein Skelett an der Wand, oder? Na, links. Pfff! Das ist der... Oh, Licht. Es wäre Licht. Was verarscht. H.Q., wir können nicht weitergehen. Töne die Ente der Hover-Tags. Okay. Rettung. Was steht denn da? Ach, ich verstehe nur Bahnhof. Ne, ich verstehe ja auch ausseher. Das ist tragisch. Ach, so ein Weichei. Struck. Da ist ein Spannkopf stärker. Ich bin nach draußen. Warte. Okay, bin ich draußen. War schon mal hier. Amor. Schade. Okay, warte. Wieder nach oben. Und da lang. Endlich, ohne Scheiß, der weiß. Vorhin im ersten Part. Game safe. Oh. Hier geht's aber ab. Hallo, ich will mal gucken, was da abgeht. Okay. Okay. Ich herz ihn mal. Ich muss den Kopf ballern. Das wird jetzt schneller. Okay, der ist schon tot. Okay, der ist schon tot. Okay, das ist schon Maschinen noch mehr. Okay, well, don't make me come looking for you. Und schon dieser, falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich weiß es jetzt nicht mehr, seit mir das blöd ist und sagt, nee, der Ego, der Götig ist, 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 der Götig ist. Okay, der Götig ist, 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 der Göt Stierl Stierl You are not supposed to be here Das ist dick weg Äh Doom 3 Die wurde nur ein bisschen aufgepimpt wo aua 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 das war für mich ungenau wird na ja die zukunft ist es muss ich nicht hier lang hier oder war ich hier schon wenn ein gegner auftauchen wissen wir es auch die stocks haben die man die erde wegen eine sache angegriffen menschen das ist in diesem fall rassistisch finde ich so müssen menschen menschen müssen sterben ja immer das mit dieser sache dass alle gleich sein müssen gleichheit dingszeit hunger parameter ok klickt und continue auf gott was ist denn das warte ganz einfach zu besiegen was ist denn das ok ich brauche jetzt ein medic ich habe nur noch 37 lebensbunde was ist denn das eigentlich ich ich jetzt einfach mal neben der beutel au sind noch keine raketen oder ah sie schießen die auf mich und nicht auf denen ok sie sind tot hängen hängen ineinander super medic rino squad a so what are we gonna do here our mission is to clear hostiles out of the hangars so a demolition team can work safely unfortunately calm link signals can't penetrate the rock of this mountain i suppose i could stay here and relay the calm signals for you guys that'd be great come on let's go here take this shotgun it's gonna come in handy real soon danke hm was hat er wo hat er jetzt diese waffe an die andere waffe ja medic danke ja immer ich muss ne immer die neuen zickzack auf ihn zu bewegen wenn es ja geopfert ja 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 das klappt ich wurde fast gar nicht getroffen also bevor ich auf coppery gestellt habe uuuh ach Mist Shot Shotgun ach lass mich das drücken Entschuldigung ja kannst machen aber ich nicht du hast wenn das auf jeden Fall das hier ja ja das ist ja 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 ich hab's im ja das ist ja 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 das ist ja Wo ist Medik? Ne, ich hab noch genug. Okay. Die Musik nervt, ehrlich. Oh, wieder so ein großer. Daneben, obwohl ich ihm direkt vor ihm stand. Okay, tot. Das ist das Einzelspieler-Koop, ne? Spass. Spass. Die lösen sich voll auf. Die haben so ein Gerät in sich drinnen. Was ich jetzt mal auflösen bringe. Wo ist der andere hin? Das war noch vor 3. Er hat kein Sekundär-Modus. Hm. Dann kann meine Beine nicht sehen. Ich hab schon wieder so ein Spiel, wo man seine Beine nicht sehen kann. Ah, es sind wieder 3. Okay. Er fällt ja hinter mir und ich hab's nicht gesehen. Also seid mir nicht böse. Ich lanze alle um. Was ist denn das für Dinge? Okay. Was ist denn hier? Was ist denn da? Was muss ich denn da drücken? Hm. Wo muss ich denn da? Wo ist denn das für mich? Ach, und da. Das ist ja nicht Ammo. Guck doch mal. Der bewegt sich nur ganz kurz. Also, damit wollten die Entwickler wollen Performance, Performance sparen. Äh, meine, ergrößern. Das ist wirklich sicher als Glas. Hm. Oh, wow. Echt? Mann, muss ich mich hier? Scheiß wie. Na, kann man einfach die Beine abschießen? Ich hab nicht gedacht, dass das Spiel so brutal ist. Oh, das ist, ich finde meine ganze Ammo. Oh, weggefetzt. Was muss ich denn machen? Ist hier irgendwie so ein Knopf? Ah, nee, da muss ich weiter. Nee, ach, wieso mach ich das? Hab ich ja gar kein Licht. Na, okay, das erstellt ich jetzt so ein. So, dass man draufgehen kann. Okay. Oh. Komm her. Oh, daneben, daneben. Boah, das ist voll in die Fresse. Kann ich runterspringen? Ich hab absolut gar keinen Bock, den ganzen Weg wieder zurückzutappen. Oh, was kann man da machen? Oh, Fahrstuhl. Das blutet, also... Bäh. Was, 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 was? Oh, es bewegt sich so nach außen, also... So nach außen, rein und... Rein und raus, meine ich. Also... Jetzt ist es ein Herz. Du hast mir mein Herz gestohlen. Boah, so viel Ammo. Ich blase euch da runter. Ich kann schon einiges verstehen, was sie sagen. Ich kann's zorgisch. Mh. Boah, Menno, scheiß, Mann. Oh, von hinten ist auch ein Kampf, oder? Das war ja zu viel. Hallo. Autsch. Okay, jetzt brauche ich den Medic. Ha, danke. Okay, der Part ist hiermit vorüber. Ciao. Upsala. Hm, das war fix safe. Okay, nochmal ciao.